Sie sehen das, aber fühlen das. Sie sehen das, aber spüren das. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist Licht. Das auch. Mal schauen, wie sich das anfühlt. So sehen ihn andere. Und so fühlt ihn die Straße. Moment, seit wann können Straßen fühlen? Das sieht man nicht, aber man hört es. Und es fühlt sich ungefähr so an. Und das fahren sie.